Beim Besuch hochrangiger US-Minister fordert der ukrainische Präsident Zelenskyj mehr Waffen und härtere Sanktionen gegen Russland. Stichwahl in Frankreich. Emmanuel Macron setzt sich gegen Rechtspopulistin Marine Le Pen durch und bleibt französischer Präsident. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj hat sich beim Besuch von US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin für die Waffenlieferungen der USA bedankt und gleichzeitig eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gefordert. Zuvor hatte Zelenskyj die Wichtigkeit von Besuchen ausländischer Staats- und Regierungschefs in der Ukraine betont. Von diesen erwarte man nicht nur Geschenke oder Kuchen, sondern ganz konkrete Dinge wie beispielsweise Waffen. Im Falle der USA hoffe man, dass man zumindest einen Teil des Waffenpakets erhalte, auf das man sich verständigt habe. Bisher hat die Ukraine Waffenhilfen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro erhalten. Russland scheitert. Die Ukraine ist erfolgreich. Das Hauptziel Russlands war es, die Ukraine vollständig zu unterwerfen, ihr die Souveränität zu nehmen, ihre Unabhängigkeit zu beseitigen. Das ist gescheitert. Und es hat versucht, den Westen und die NATO zu spalten. Natürlich erleben wir jetzt genau das Gegenteil. Wir glauben, dass sie gewinnen können, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben. Und wir werden weiterhin alles tun, um sicherzustellen, dass sie sie bekommen. Unterdessen geht das Ringen um die in Mariupol eingeschlossenen Zivilisten weiter. Kiew dementierte die Ankündigung Russlands, eine Waffenruhe für die Evakuierung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal öffnen zu wollen. Über das orthodoxe Osterfest war die letzte Bastion ukrainischen Widerstands in Mariupol weiter beschossen worden, während sich Kreml-Chef Wladimir Putin betend in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale inszeniert hatte. Die russische Offensive in der Ostukraine folgt dem Muster der bisherigen Operationen. Kleine Einheiten führen entlang verschiedener Angriffslinien verstreut Attacken aus, anstatt dass in Gefechtspausen über entscheidende Operationen nachgedacht wird, so die jüngste Beurteilung des Instituts für Kriegsstudien aus Washington. Laut dem Chef der ukrainischen Eisenbahn wurden am Montagmorgen fünf Bahnhöfe in der West- und Zentralukraine beschossen, unter anderem in den Regionen Lviv und Vinica. Im Osten sollen zusätzliche Truppen bisher nicht erfolgreiche Angriffe an der Front bei Izium unterstützen, während ukrainische Kräfte russische Angriffe von Izium aus Richtung Sloviansk und Kramatorsk abwehren konnten. Die russische Offensive hat bei Siviero Donetsk kleine Fortschritte gemacht. Wegen des schweren Beschusses sei die Region Luhansk fast komplett von der Wasserversorgung abgeschnitten, so Sehi Haidai, Chef der Militärbehörde in Luhansk. Zudem seien 30.000 Familien von Stromausfällen betroffen. Präsidentenberater Mikhail Podayak sagte in Mariupol, russische Kräfte hätten das umzingelte Azovstal-Stahlwerk am orthodoxen Ostersonntag unaufhörlich angegriffen. Das Washingtoner Institut für Kriegsstudien fügte hinzu, dass das Werk mit Artillerie und aus der Luft angegriffen wurde und dass russische Truppen sich möglicherweise auf weitere Attacken vorbereiteten. Das könnte viele Opfer bedeuten. Laut britischem Verteidigungsministerium plant Russland in der südlichen Stadt Kherson ein inszeniertes Referendum, um die Besetzung zu rechtfertigen. Die Stadt spielt für das russische Ziel, eine Landbrücke zur Krim zu errechten und die Südukraine zu beherrschen, eine wichtige Rolle. Russland hat bereits 2014 auf der Krim ein unrechtmäßiges Referendum abgehalten, um die Besetzung und Annexion der Halbinsel im Nachhinein zu rechtfertigen. Nicht unbedingt Freude, aber große Erleichterung beherrschte den französischen Wahlabend. Emmanuel Macron bleibt Frankreichs Präsident und hat sich in der Stichwahl mit 58,54 Prozent der Stimmen gegen Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Der Liberale dankte, symbolträchtig am Fuß des Eiffelturms, nicht nur seinen Anhängern, sondern der gesamten Nation. Ich denke auch an all diejenigen, die für Madame Le Pen gestimmt haben und heute Abend enttäuscht sind. Bitte, buhen Sie niemanden aus. Darum habe ich Sie von Anfang an gebeten. Denn von nun an bin ich nicht mehr der Kandidat eines Lagers, sondern der Präsident aller. Seine Herausforderin Marine Le Pen kommt auf 41,45 Prozent und verbesserte damit ihr Wahlergebnis vom letzten Duell gegen Macron 2017 um fast acht Prozentpunkte. Die 53-Jährige versprach, den politischen Kampf fortzusetzen und Frankreich niemals aufzugeben. Mit mehr als 43 Prozent der Stimmen ist das Ergebnis an sich schon ein strahlender Sieg. An diesem Abend starten wir die große Schlacht um die Parlamentswahlen. Ich werde diesen Kampf an der Seite von Parteichef Jordan Badella mit all jenen führen, die den Mut hatten, sich Emmanuel Macron im zweiten Wahlgang zu widersetzen. Kurz gesagt, mit all jenen, denen die Nation am Herzen liegt. Dem wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron steht die größte Herausforderung noch bevor, schnellstmöglich zu einen und vereinen, um diejenigen zu besänftigen, die er in seiner ersten Amtszeit enttäuscht hat. Noch vor den Parlamentswahlen im Juni. Nach der Wiederwahl von Emmanuel Macron wird der Sieg des amtierenden Präsidenten in großen Teilen der Bevölkerung eher mit Erleichterung als mit Genugtuung aufgenommen. Es ist vor allem ein gutes Gefühl, weil wir die Rechtsextremen geschlagen haben. Es kommt aber keine Freude auf, weil wir sehen, dass die Rechtsextremen im Aufwind sind. Jetzt kann ich ja sagen, dass ich Macron gewählt habe, aber es ist eine kleine Enttäuschung. Ich bin froh, dass die extreme Rechte nicht an die Macht gekommen ist, aber ich glaube nicht, dass Emmanuel Macron eine große Mehrheit der Franzosen repräsentiert. Das gute Abschneiden der Rechtspopulistin Marine Le Pen beunruhigt viele. Einige blicken trotz Macrons Erfolg sorgenvoll in die Zukunft. Ich bin ein abwartender und skeptischer Mensch. Skeptisch, weil das Wort Umweltschutz zu benutzen überhaupt nicht bedeutet, ein Programm zu haben, das die Umwelt und die Klimakrise berücksichtigt. Wir sind nicht zufrieden und erhoffen uns noch viel mehr von Herrn Macron, nämlich, dass er seine Versprechen einhält. Der französische Präsident wird sich bemühen müssen, das tief gespaltene Frankreich in seiner nächsten Amtsperiode zu vereinen. Reaktionen aus Brüssel auf den Wahlsieg Emmanuel Macrons. Am Sitz der europäischen Institutionen herrschte am Tag danach eine ausgesprochene Festtagsstimmung. EU-Spitzen verloren keine Zeit, um ihren französischen Freund zu gratulieren, den sie gut kennen und dem sie vertrauen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, zusammen würden Frankreich und Europa vorangehen. Und EU-Ratspräsident Charles Michel twitterte, Bravo Macron, wir können auf dich zählen. Sein Vorgänger Donald Tusk aus Polen formulierte es unverblüht. Macrons Sieg bedeute mehr Europa und weniger Putin, in Anspielung auf Marine Le Pens Verbindungen zum russischen Präsidenten. Der liberale Europaabgeordnete und belgische Ex-Ministerpräsident Giefer Hofstadt sagte über den Wahltag, es sei ein 2 zu 0 für Europa gegen die Populisten. Denn in Slowenien verlor der umstrittene Regierung Shevyanis Jansa gegen seinen liberalen Herausforderer. Für pro-europäische Kräfte ist der Wahlausgang eine gute Nachricht für Frankreich und für die EU. Denn Macrons Rivalin Marine Le Pen hat in Brüssel keinerlei politische Freunde, sieht man einmal von den Abgeordneten ihrer Partei ab. Zwar hat sie versucht, ihr europapolitisches Image aufzupolieren, doch sind ihre harschen EU- und Anti-NATO-Positionen nicht vergessen. Noch immer gilt sie in Brüssel als unkooperativ und unfähig zum Kompromiss. Ein ähnliches Bild der Erleichterung bieten die Schlagzeilen in großen europäischen Zeitungen. Der belgische Standard spricht von einem Aufatmen in Europa nach Macrons Sieg. Die italienische La Repubblica titelt Mit Macron siegt Europa. Die spanische El País unterstreicht Macrons Sieg über Le Pen in einem gespaltenen Frankreich. Auf diesen letzten Punkt wird in vielen Zeitungen hingewiesen, nämlich auf die Zerrissenheit des Landes und die Unzufriedenheit weiter Teile der Wählerschaft, gerade auch der Nichtwähler. Politiker sollten den Menschen zuhören oder der Populismus werde sich weiter ausbreiten, so der Tenor. Insofern war die Wahl in Frankreich eine Mahnung für den Rest Europas, dass die Politik die Sorgen der Bürger ernst nehmen müsse, vor allem die Sorgen über die steigenden Lebenshaltungskosten. Wir halten Sie auf dem Laufenden über die russische Invasion in der Ukraine. Live-Berichterstattung von den wichtigsten Schauplätzen. Ausgewogener, faktenbasierter Journalismus. Aktuelle Berichterstattung auf euronews und euronews.com. Wir sind euronews. Wir zeigen alle Ansichten. Wir stehen für Freiheit. Die Freiheit zu wählen. Alle Fakten zu erfahren. Die Wahrheit zu erfahren. Unsere Werte sind wichtiger denn je. Wir bieten sachlichen, präzisen und objektiven Journalismus. Unser Versprechen steht. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Wo immer sie uns empfangen. Wir berichten die Wahrheit. Getreu den Fakten. Aus allen Blickwinkeln. Euronews. Alle Ansichten. Aus allen Blickwinkeln. Aus allen Blickwinkeln. Aus allen Blickwinkeln. Aus allen Blickwinkeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht unbedingt Freude, aber große Erleichterung beherrschte den französischen Wahlabend. Emmanuel Macron bleibt Frankreichs Präsident und hat sich in der Stichwahl mit 58,54% der Stimmen gegen Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Der Liberale dankte, symbolträchtig am Fuß des Eiffelturms, nicht nur seinen Anhängern, sondern der gesamten Nation. Ich denke auch an all diejenigen, die für Madame Le Pen gestimmt haben und heute Abend enttäuscht sind. Bitte, buhen Sie niemanden aus. Darum habe ich Sie von Anfang an gebeten. Denn von nun an bin ich nicht mehr der Kandidat eines Lagers, sondern der Präsident aller. Seine Herausforderin Marine Le Pen kommt auf 41,45% und verbesserte damit ihr Wahlergebnis vom letzten Duell gegen Macron 2017 um fast 8 Prozentpunkte. Die 53-Jährige versprach, den politischen Kampf fortzusetzen und Frankreich niemals aufzugeben. Mit mehr als 43% der Stimmen ist das Ergebnis an sich schon ein strahlender Sieg. An diesem Abend starten wir die große Schlacht um die Parlamentswahlen. Ich werde diesen Kampf an der Seite von Parteichef Jordan Bardella mit Allianen führen, die den Mut hatten, sich Emmanuel Macron im zweiten Wahlgang zu widersetzen. Kurz gesagt, mit Allianen, denen die Nation am Herzen liegt. Dem wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron steht die größte Herausforderung noch bevor, schnellstmöglich zu einen und vereinen, um diejenigen zu besänftigen, die er in seiner ersten Amtszeit enttäuscht hat. Noch vor den Parlamentswahlen im Juni. Nach der Wiederwahl von Emmanuel Macron wird der Sieg des amtierenden Präsidenten in großen Teilen der Bevölkerung eher mit Erleichterung als mit Genugtuung aufgenommen. Es ist vor allem ein gutes Gefühl, weil wir die Rechtsextremen geschlagen haben. Es kommt aber keine Freude auf, weil wir sehen, dass die Rechtsextremen im Aufwind sind. Jetzt kann ich ja sagen, dass ich Macron gewählt habe, aber es ist eine kleine Enttäuschung. Ich bin froh, dass die extreme Rechte nicht an die Macht gekommen ist, aber ich glaube nicht, dass Emmanuel Macron eine große Mehrheit der Franzosen repräsentiert. Das gute Abschneiden der Rechtspopulistin Marine Le Pen beunruhigt viele. Einige blicken trotz Macrons Erfolg sorgenvoll in die Zukunft. Ich bin ein abwartender und skeptischer Mensch. Skeptisch, weil das Wort Umweltschutz zu benutzen überhaupt nicht bedeutet, ein Programm zu haben, das die Umwelt und die Klimakrise berücksichtigt. Wir sind nicht zufrieden und erhoffen uns noch viel mehr von Herrn Macron, nämlich, dass er seine Versprechen einhält. Der französische Präsident wird sich bemühen müssen, das tief gespaltene Frankreich in seiner nächsten Amtsperiode zu vereinen. Musik ist Programm. Mit Beethovens Europa-Hymne trat Emmanuel Macron am Wahlabend vor seine Anhänger. Für die Europäische Union ist Macrons Wahlsieg über seine rechtspopulistische Gegenkandidatin eine große Erleichterung. Denn sein Erfolg vertrieb die Aussicht auf Chaos und Blockade in Brüssel und innerhalb der EU. Macrons Priorität ist nun der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für Europa. Das sei das dringendste Thema, meint Eric Moris von der Robert-Schumann-Stiftung. Fragen über die europäische Verteidigungsfähigkeit, über den Umgang mit russischer Energie, über weitere Sanktionen. Und dann gäbe es natürlich Themen, die nicht vergessen werden dürfen, wie die Klimapolitik. Doch der Erfolg Emmanuel Macrons darf nicht über das Misstrauen gegenüber seiner Europapolitik hinwegtäuschen, das sich in den Stimmen für Marine Le Pen manifestierte. Die Spaltungen in der französischen Politik sind größer geworden. Die einstige Debatte zwischen links und rechts ist verschwunden, sagt Geneviève Ponce vom Pariser Jacques Delors-Institut. Stattdessen gäbe es eine Debatte zwischen Nutznießern und Opfern der Globalisierung. Neben Frankreich verloren Europas Populisten am Sonntag ein weiteres Land. Der slowenische Ministerpräsident Janes Janja musste sich einem liberalen Newcomer geschlagen geben. Diese Niederlage trifft auch Viktor Orban aus Ungarn, der bei seiner illiberalen Politik nicht länger auf Unterstützung aus Slowenien zählen kann. Das Ergebnis sei möglicherweise genauso wichtig wie das französische Ergebnis, weil hier mit Janja eine Viktor-Orban-ähnliche Figur etwas unerwartet besiegt worden sei, so der Politologe John O'Brennan. Das sei die dritte große Niederlage der Populisten binnen sechs Monaten gewesen. Nachdem Volko Borisov in Bulgarien und Andrei Babiš in der Tschechischen Republik ihre Ämter verloren hätten. Die Freude in Brüssel ist groß. Doch muss die EU neue Antworten auf dringende Sorgen der Wähler finden, will sie populistische Kräfte langfristig zurückdrängen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat sich beim Besuch von US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin für die Waffenlieferungen der USA bedankt und gleichzeitig eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gefordert. Zuvor hatte Zelenskyy die Wichtigkeit von Besuchen ausländischer Staats- und Regierungschefs in der Ukraine betont. Von diesen erwarte man nicht nur Geschenke oder Kuchen, sondern ganz konkrete Dinge wie beispielsweise Waffen. Im Falle der USA hoffe man, dass man zumindest einen Teil des Waffenpakets erhalte, auf das man sich verständigt habe. Bisher hat die Ukraine Waffenhilfen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro erhalten. Russland scheitert. Die Ukraine ist erfolgreich. Das Hauptziel Russlands war es, die Ukraine vollständig zu unterwerfen, ihr die Souveränität zu nehmen, ihre Unabhängigkeit zu beseitigen. Das ist gescheitert. Und es hat versucht, den Westen und die NATO zu spalten. Natürlich erleben wir jetzt genau das Gegenteil. Wir glauben, dass sie gewinnen können, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben. Und wir werden weiterhin alles tun, um sicherzustellen, dass sie sie bekommen. Unterdessen geht das Ringen um die in Mariupol eingeschlossenen Zivilisten weiter. Kiew dementierte die Ankündigung Russlands, eine Waffenruhe für die Evakuierung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal öffnen zu wollen. Über das orthodoxe Osterfest war die letzte Bastion ukrainischen Widerstands in Mariupol weiter beschossen worden, während sich Kreml-Chef Wladimir Putin betend in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale inszeniert hatte. Vor zwei Monaten hat Roxana Panaschchuk noch als freie Journalistin in der Ukraine gearbeitet. Jetzt lebt sie als Flüchtling in Deutschland in einem Hotel und verfolgt die Ereignisse in der Ukraine von Greifswald, einer 60.000-Einwohner-Stadt im Nordosten Deutschlands aus. Panaschchuk arbeitet als Koordinatorin für ein Netzwerk ukrainischer JournalistInnen im In- und Ausland, das von der deutschen Zeitschrift Katapult finanziert und organisiert wird. Und wir haben gehört, dass die ersten ukrainischen Journalisten aus ihrem Land fliehen, kein Geld mehr haben, ihre Büros nicht mehr besetzen können, dass sie nicht mehr weiterarbeiten können. Also da hatten wir uns zuerst überlegt, wir wollen denen hier unsere Infrastruktur geben, also Räume geben, Computer geben, alles das, was sie brauchen, Kameras, Handys. Finanziert werden die Gehälter der neuen ukrainischen KollegInnen zum einen durch Spenden, zum anderen verzichten rund die Hälfte der Katapult-JournalistInnen auf einen Teil ihres Gehalts. Seine Arbeit verbreitet das Magazin vor allem über den Messenger-Dienst Telegram, das soziale Netzwerk Twitter und seine eigene Webseite. Mittlerweile gibt es eine spezielle Ukraine-Ausgabe. Dennoch sei es manchmal gar nicht so einfach, den Wahrheitsgehalt der Geschichten zu überprüfen. Denn wenn ein Krieg ausbreche, gäbe es auf beiden Seiten viel Propaganda, sagt Friedrich. Eine Aufgabe, der sich Panaschchuk widmet. Ich kann ganz klar erkennen, ob ein Beitrag russische Propaganda ist. Einige ukrainische Journalisten sind zu emotional. Manchmal merkt man das an ihren Texten, wenn sie beispielsweise schreiben, dass alle Russen unsere Feinde sind. Neben der Textarbeit plant Katapult schon ein neues Projekt. Im Haus werden Einrichtungsgegenstände und Spielzeug gesammelt. Denn schon bald soll hier eine Unterkunft für rund 50 ukrainische Flüchtlinge entstehen. Der arkadaşlar hat so ge fetchedet. Dann be travels in meinem Forschungsschuk. Mit dir bis zum Christen. Bis zum nächsten Mal. akkor kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Überall in diesem Gebiet gab es schwere Gebäudeschäden. Wenn wir diesen Krieg verlieren, werden wir alle getötet. Das ist die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind jetzt fast an der rumänisch-ukrainischen Grenze angekommen, aber die Stimmung hier im Van hat sich geändert. Wir, die Ukraine, wollten diesen Krieg nie. Was steht für Russland auf dem Spiel? Für Russland steht die nationale Sicherheit auf dem Spiel. Das ist die Situation in der Ukraine vor Ort. Dieser Krieg in der Ukraine ist ein Online-Krieg mit Propaganda, Desinformation und Cyberangriffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Indoочь Berlin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oder carpet-fjiangER